Hallo Freunde, ich bin's, der Typ von Wir sind Movies. Ich hab einen Film gesehen und zwar Findet Dori. Und bevor ich jetzt, ganz wie es im Film der Fall ist, vergesse, was ich dazu sagen will, dachte ich mir, direkt nach dem Kino vor die Kamera setzen, das ist eine ziemlich gute Idee. Deswegen hört ihr jetzt, was ich von dem Film halte. Tschüss. Wir sind Movies. Als Findet Nemo rauskam, war ich gerade mal elf. Und dementsprechend war ich gerade noch so in der vorpubertären Phase, wo ich Animationsfilme noch ziemlich cool fand. Das wirkte sich dann dementsprechend auch auf Findet Nemo aus. Und ich muss sagen, dass ich den Film damals echt richtig, richtig gut fand und mega gefeiert habe und mega geliebt habe. Und so meine Liebe für die Charaktere in dem Film konnte ich über die Zeit retten. Meine Liebe für den Film an sich nicht unbedingt. Woran das genau hängt, das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Kritik zu Findet Dori. Dem Nachfolger, der jetzt 2013, äh, 2013 sag ich, 2016 rausgekommen ist. In der folgenden Review werde ich da wahrscheinlich dann, wie gesagt, auch drauf eingehen. Denn, und da kommen wir direkt schon dazu, Findet Dori und Findet Nemo verbindet eigentlich mehr als nur der Titel. Dori geht auf eine gewisse Weise verloren. Und natürlich ist der Titel auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, metaphorisch gemeint, weil Dori sich selbst finden will, aber vor allem auch ihre Eltern. Und Marlin und Nemo, also quasi die, die das letzte Mal eben nicht gesucht haben, suchen jetzt, beziehungsweise Marlin hat zweimal gesucht, logischerweise. So, das ist so das grobe Ding. Äh, Dori will ihre Eltern finden. Und wie es auch bei Findet Nemo der Fall ist, stoßen alle, also Marlin und Nemo auf der einen und natürlich Dori vor allem auf der anderen Seite, auf die verschiedensten Einwohner des, des unseren weiten Meeres. Und da offenbarte sich für mich so das erste Problem, obwohl das gar nicht so eine große Offenbarung war, weil ich finde, und dann gehen wir jetzt nochmal einen ganzen Schritt zurück, äh, Pixar, die tolle Filme machen, gar keine Diskussion. Ich hab Cars und Cars 2 nie gesehen, deswegen bin ich da komplett raus. Kriegen's meiner Meinung nach, aber in regelmäßigen, oder meinetwegen auch unregelmäßigen Abständen, immer mal wieder hin, äh, Filme mit Comic Relief zu überschütten. Comic Relief, wer das nicht kennt, das sind Charaktere, meistens ist es einer, aber das muss nicht unbedingt sein, äh, in einem Film, die dafür sorgen, die Stimmung ein bisschen aufzuheitern, egal wie schlimm die Thematik ist. Das hat man normalerweise in jedem gottverdammten, äh, Blockbuster drin. Pixar hat's, äh, für mich ab und an ein paar Filme übertrieben. Ich will da nur mal, äh, Oben zum Beispiel, äh, erwähnen, der für alle mega geil ist. Ich hab jetzt dem nie so viel abgewinnen können, was unter anderem daran liegt, dass der, äh, ich glaub gleich drei Comic Relief Charaktere hat und total überfrachtet ist, mit Kevin, dem Vogel, dem kleinen Kind, dessen Name ich jetzt nicht mehr weiß, und der Hund, äh, das ist für mich erst echt nur noch ein, äh, Hampelmann Festival gewesen irgendwann dieser Film. Deswegen mag ich den nicht so ungefähr, aber das ist jetzt keine Review zu oben. Was für, welcher Film das Problem auch hat, war in meinen Augen, findet Nemo. Ganz richtig. Und eben auch Findet Dori. Äh, da kommen wir zum nächsten Parallel, denn Findet Nemo hatte die Haie, Bruce und Hammer und Heart, oder wie die hießen, Hammer und Hai, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, dann hatte Findet Dori den Dude und Findet Nemo eben auch. Und das ist für mich immer alles ein bisschen zu viel gewesen, weil du die Stimmung durchaus auflockern kannst. Und da kommen wir jetzt wirklich noch wieder ins Detail zu Findet Dori. Äh, das Problem war, dass Dori, und das gibt's öfter, äh, kann man einen Nebencharakter holen, der als Nebencharakter konzipiert wurde, ursprünglich 2003, und ihn in den Hauptcharakter umschreiben. Das hat bisher in der Filmgeschichte nicht ganz so oft geklappt, meiner Meinung nach. Äh, ein paar Beispiele wären Jurassic Park 2, als Jeff Goldblum dann, äh, Ian Malcolm, der, äh, Protagonist war. Meinetwegen auch die Star Wars Prequels, als Darth Vader dann der Protagonist war. Oder eben, bleiben wir im Genre-Animationsfilm, die Minions. Das hat für mich auch nicht funktioniert. Hier ist es so, dass es teilweise funktioniert. Vor allem, äh, wo wir wieder beim Thema Comic Relief sind, Dori ist vergesslich. Sie hat da, ich weiß nicht, das wird nicht thematisiert, ob es wirklich eine Amnesie ist. Inwiefern das Alzheimer ist, ist halt ein Fisch, so. Und der vergisst halt Sachen. Und das wird halt eben unendlich oft thematisiert. Vor allem so in der ersten halben Stunde ist das so, dass das ganz, ganz oft Erwähnung findet. Dann, und das ist ein bisschen seltsam, äh, verliert sich der Film so ein bisschen genau damit. Dann irgendwann mitten im Film merkt man so, obwohl das, das ist schon ein Stück weit in der Geschichte begründet, aber man merkt irgendwann so, okay, jetzt irgendwie erinnert sich Dori an alles und weiß alles und weiß, wo es hingeht und weiß, was sie machen kann. Das ist nicht direkt ein Problem. Es greift eher ein bisschen weiter in alle Richtungen aus, weil es ein generelles Problem des Filmes ist, dass der Film die Geschichte, die er erzählt, nicht konsequent genug erzählt, in meinen Augen. Das ist alles sehr kindlich. Das ist halt alles auch sehr selbstzweckhaft und sehr bequem erzählt. Dann gibt es halt eben, äh, Momente, wo man die Geschichte so ein Stück weit hinterfragt. Ich bin nie ein Fan davon, äh, in einem Film eine gewisse Logik einzuarbeiten. Äh, natürlich ist es unlogisch, wenn ein Fisch und ein, äh, Oktopus oder Septopus, äh, in einem Observatorium auf einem Kinderwagen durch die Gegend fahren. Aber das ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist nur, dass in der Welt nicht genug begründet wird, warum das funktioniert. Und das ist ganz oft das Problem, empfindet Dori. Äh, es gibt ganz viele, das habe ich schon erwähnt, es gibt viele Charaktere. Jetzt ganz davon ab, ob die Comic Relief sind oder nicht, hat sich das für mich auch oft, äh, wie gesagt, dieses Selbstzweckhafte. Konnte der Film nie ablegen, in meinen Augen. Das ist schon was, was der erste so ein bisschen hatte, aber hier wird es noch schlimmer, weil du hast eben ganz viele Charaktere und jeder dieser Charaktere hat genau eine Funktion. Es gibt, äh, den kurzsichtigen, äh, Wahlhai, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, Destiny, eine Freundin von Dori, die war eben dafür da, dass sie Dori immer hören konnte mit ihrem Wahlisch. Dann gab es den anderen Wahl, der eben diese, äh, Signale aussenden konnte und damit alles gesehen hat. Und das ist halt eben so, ich sage, Max hat es in unserer Batman-V-Superman-Ultimate-Edition hat einen schlauen Satz gesagt, der hat gemeint, wenn du noch einmal mehr über das Drehbuch drüber gehst, das tue ich jetzt so anwendend auf den Film, dann kannst du da ein, zwei Charaktere rausschreiben und das Drehbuch fühlt sich dünner an. Der ganze Film fühlt sich ein bisschen dünner an. Und das ist ein großes Problem, das ich mit Finde Dori hatte. Der ist unglaublich überladen an Charakteren, an Momenten. Momente, die meiner Meinung nach auch nicht immer funktionieren. Es gibt einen Moment im Film, der, den fand ich mega amüsant. Ich will ihn ganz kurz erwähnen. Und zwar, das sieht man auch im Trailer quasi, wo dieses Becken schwarz wird, von der Tinte vom Oktopus. Und das ist eine Szene, in der es darum geht, dass in diesem kleinen Becken Kinder immer mit ihren Händen reingehen und quasi die Fische brühen wollen, so mit dem Finger. Und das ist aber im Film inszeniert, quasi wie eine Horrorverfolgungsjagd. Und das fand ich, ich wusste nicht, wie ich es finden soll, aber jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, fand ich es irgendwie schon amüsant und cool. Aber dass du in einem Kinderfilm hingehst und das Kind, auf das den Film zugeschnitten ist, quasi so vor die Nase stößt, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so bei Kindern ankommen, aber ich fand das echt schon wow. Also ich wusste echt in dem Moment nicht, was ich jetzt mit der Szene anfangen soll. Das erwähnt war dann, wie gesagt, für mich eher ein stärkerer Moment. Andere Momente, wie eben das mit dem Kinderwagen, funktionierten für mich nicht so. Dazu kommt, dass die Dramaturgie des Filmes in sich auch, finde ich, nicht ganz so gut funktioniert, was auch damit zusammenhängt, dass der letzte Akt sich schon quasi als, ja, sozusagen als Epilog fast anfühlt, Teile des letzten Aktes, weil eben ein bestimmter Plotpunkt eintrifft, auf den ziemlich lange hingearbeitet wird und danach es aber noch weiter geht. Und da konnten sie so die Spannung selten nur auf einem Niveau halten. Punkto Spannung, natürlich ist es ein Unterhaltungs- und Kinderfilm und da soll es ja auch mal den einen oder anderen Lacher geben. Muss ich leider auch sagen, ich war jetzt in der Vorstellung, wo tatsächlich einige Kinder auch drin waren. Ein Kind hat geweint, also wegen Filmen, nicht jetzt so als den Film kacke fand, aber so viele Lacher habe ich da jetzt persönlich nicht gespürt und für mich persönlich auch nicht gehabt. Und das ist auch ein großer Punkt, den ich noch habe. Ich sage mal, Findet Nemo war noch ein Stück weit ein Film für Erwachsene und das ist ja natürlich auch immer bei Pixar so das Ding. Ist es jetzt ein Film für Erwachsene, ist es ein Animationsfilm, der Erwachsene verstehen können? Findet Dori ist eben voll Kinderfilm. Und Findet Nemo hatte zum Beispiel noch, dass du ein Kind hast, das behindert war mit der Flosse. Du hattest einen Fisch mit Amnesie, der vergesslich ist und du hattest einen Vater in Angstzuständen. Und das alles hast du hier halt nur noch so auf diesem Grad des Entertainments. Es war für mich jetzt auch das ganze Jahr nie so, dass ich an irgendeinem Punkt in meinem Leben gesagt hätte, wow, Findet Dori, da habe ich mega Bock drauf. Nö, es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier sage, das ist ein Sequel, das ist kacke. Nö, auch gar nicht, aber ich hatte einfach keine Vorfreude und hatte auch keine Erwartungen und trotzdem sitze ich jetzt hier und bin ein Stück weit enttäuscht darüber, was natürlich wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass es bei Pixar-Filmen immer eine gewisse Erwartungshaltung gibt, dass ich vielleicht mit Findet Nemo auch kindliche Gefühle verbinde. Trotzdem konnte ich mich da aber während dem Kino auch völlig davon loslösen, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ich gucke das jetzt als Film und das ist für mich völlig in Ordnung. Trotzdem muss ich dann, wie gesagt, festhalten, dass es ein bisschen enttäuschend für mich war und dass der Film nicht so wirklich gut funktioniert hat. Sehr selbstzweckhaft, die Geschichte hat auch wirklich oft nur, dass es auch noch einen Punkt funktioniert, weil Dori eben diese Flashbacks hat also es ist eben so, dass sie sich an ihre Eltern nur erinnert, wenn irgendwas getriggert wird und das kam ja halt auch immer so ein bisschen, das war halt auch wieder diese Plot-Convenience, also es wurde immer sehr bequem so. Du hast wirklich gemerkt, jetzt muss die Geschichte weitergehen, oh, Flashback, oh, Dori erinnert sich an was, die Geschichte kann fortgeführt werden und ich fand, das Drehbuch hat sich so ein bisschen insgesamt so angefühlt, als wäre da nur ein oder zweimal drüber geschrieben worden. Hätte man sich da vielleicht noch ein bisschen mehr angestrengt, wäre da noch glatterer, besserer, teiterer Film draus geworden, so wie Alles steht Kopf, weil der eben all diese Attribute, die ich jetzt von Findet Dori quasi im Nachhinein fordere, hatte. Deswegen, ich vergesse nicht die Wertung, verbleibe ich bei Findet Dori leider, wie gesagt, mit enttäuschten 6 von 10 Punkten. Ich würde sagen, wenn Leute jetzt irgendwie eine bestimmte Empfehlung von mir wollen, wartet auf die Blu-Ray. So krass ist es nicht. Für Kinder immer noch ein wunderbarer Film, aber wenn ihr jetzt irgendwie aus Nostalgiegründen reingeht, so geil war es nicht. Das habt ihr jetzt auch exklusiv von jemandem, der diesen Nostalgiefaktor zumindest ein bisschen mit im Kino dabei hatte. Trotzdem, es gibt noch einen Animationsfilm, der rauskommt und zwar schon nächste Woche, Sausage Party. Den werden wir auch sehen, beziehungsweise haben wir den schon sogar gesehen. Dazu kommt eine Review, ihr könnt euch freuen, es geht weiter mit den Animationswochen bei Wir sind Movies, was auch immer. Und, das kann ich auch noch erwähnen, die Kommentare, die Fragen, die ihr uns gestellt habt, die kommen auch, die werden beantwortet. Nächste Woche, könnt ihr euch auf alles freuen. Bis dahin verbleibe ich mit einer wunderbaren Verabschiedung an euch, fordere euch natürlich auf, dieses Video zu bewerten. Vergisst es nicht, Mann. Vergisst es nicht. Abonniert unseren Kanal und damit verabschiede ich mich. Bis dann. Tschüss.